Was zum Geier machst du da? Ich baue mir einen neuen Gaming-WC zusammen. Hm, neu. Das, mein Lieber, ist dein Sockel 775-Board. Irgendwann hast du keinen Zahncreme genommen. Die Wärmlep-Paste kommt auf die CPU, nicht darunter. Ah, okay. So ein Zufall, dass ich gerade dieses geile neue Heft vom Kiosk geholt habe. Wow, cool. Ich denke, das beantwortet deine Fragen. Schau mal. Das ist ja sogar mit Anleitung. Echt jetzt? Ja. Ich habe nicht gesehen. Ich dachte, Kaufberatung und so ein Kram. Ja, Kaufberatung, Produktempfehlungen und Praxis und Info. Also Anleitung, Tuning und Spielegrafik aufpolieren. Aufpolieren ist sehr nice, okay. Du kannst doch gleich mal das Board in die Tonne hauen, dann kannst du mal deinen neuen Rechner aufpolieren. Und das war das Seite 56 auf der Bauernleitung. Du bist ja gerade für Anfänger wie dich eigentlich eine ganz geile Sache. Ja, ich denke mal schon. Oh, wow. Sogar ganz detailliert. AMD-PC. Auch was für Intel dabei? Ja, ich glaube schon. Kabel verlegen. Nice. Okay, guck mal. Was willst du denn bauen? Ein-PC. Ich würde sagen, wir haben mit dem 775 angefangen, also machen wir Intel. Fanboy, du. Egal. Also anscheinend ist er für alle was dabei und auch Kaufberatung. Geil. Super. Losens. Wir müssen jafortbeste cond cheinend machen vamos über Beleger. Wunsch und Pf1. Vielen Dank.